Wie baust du dir für die Objektakquise als Immobilienmakler ein echtes System? Und zwar ein System, was wie eine Art Pipeline funktioniert. Eine Sache vorab, ich weigere mich. Ich weigere mich, einfach nur irgendeine kleine Idee zu droppen und auf der dann rumzutippeln und rumzutanzen. Wenn du aber am Ende des Tages bei dir in deinem Büro sitzt, am Schreibtisch sitzt und nicht weißt, was du wirklich genau tun sollst oder wie du es genau tun sollst. Und deshalb schauen wir uns wichtige Grundlagen an. Weil, glaube mir eine Sache, aus über 30 Jahren Erfahrung kann ich dir sagen, wenn die Grundlagen nicht verstanden werden. Und ich habe Leute in meinem Coaching, in meinen Trainings, die schon über 15, 20, 25 Jahre lang Immobilienmakler sind. Und es stoppt sie immer wieder das Gleiche, nämlich das Thema Objektakquise. Und wer 10, 15 oder 20 Jahre lang als Immobilienmakler aktiv ist und immer noch das Thema Objektakquise bei sich auf der Agenda stehen hat und nicht ausreichend Objekte bekommt oder gar Leads kaufen muss, der hat grundlegende Dinge nicht verstanden. Er hat nicht das richtige Wissen. Er hat es nicht umgesetzt. Er hat es nicht durchgezogen, beibehalten und vor allen Dingen, er beherrscht es nicht. Da müssen wir einfach mal ganz offen und ehrlich sein. Und ich möchte dir den Weg zeigen, wie du genau da rauskommst. Und zwar fangen wir mal an. Erste Grundlage Nummer 1, nämlich wir haben einmal Leute, die vor der Entscheidung stehen. Vor Entscheidung, vor der Entscheidung. Also vor der Entscheidung will ich überhaupt meine Immobilie verkaufen. Und wenn ja, wann und mit wem? Mache ich es alleine als Privatverkäufer oder gehe ich über einen Immobilienmakler? Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich du musst als Immobilienmakler genau in dem Moment, wo diese Person die Entscheidung trifft, die Immobilie verkaufen zu wollen, regional bei dir an deinem Standort in den Köpfen dieser Menschen sein. Denn nur wenn du in den Köpfen dieser Menschen bist, können sie eine Entscheidung für dich treffen. Du wirst eingeladen, du wirst angerufen. Hey, ich möchte meine Immobilie verkaufen. Können sie mal vorbeikommen. Und dann kannst du eine Qualifizierung durchführen, ob es passt oder eben nicht. Zweite Schiene ist nämlich im Markt. Also das heißt, oder verkauft aktuell. So würde ich es formulieren. Verkauft aktuell. Also hat schon die Entscheidung getroffen. Und zwar gegen den Immobilienmakler. Also verkauft privat. Gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Und drittens ist, die Immobilie wurde verkauft, ja, also wir sagen auch dann nach dem Markt. Nach dem Markt bedeutet eigentlich nichts anderes als Empfehlungen, Tippgeber, also Menschen, die sozusagen deine Leistung wirklich herausragend fanden und am Ende des Tages anderen davon erzählen. Und was wir wollen ist, wir wollen gar nicht die Leute haben, die wegen Geld dich weiterempfehlen, sondern wir wollen die Menschen haben, die aus Überzeugung dich weiterempfehlen. Aus Überzeugung, weil du wirklich gut bist. Weil du eine tolle Leistung gebracht hast. Weil du die Immobilie vom anderen Stern verkauft hast. Also auf dem höchsten Level. Persönliche Überzeugung. Der Arzt, der Steuerberater, der Rechtsanwalt, der tolle Urlaubsort, das tolle Hotel. Das empfiehlst auch du doch eher aus Überzeugung und nicht, weil du jetzt Geld dafür bekommst, dass du ein bestimmtes Hotel empfiehlst. Würdest du niemals bei Freunden tun, wegen Geld denen einen Tipp geben, in ein Hotel zu fahren und möglicherweise noch im Nachhinein enttäuscht zu werden. Das können wir alle nicht gebrauchen. Also schauen wir uns mal eine Sache an. Und jetzt kommt das ganz Wichtige hier an der Stelle, wenn wir sagen verkauft aktuell. Denn wir wissen, eine Sache bei der Objektakquise ist, und das ist eine, also das heißt sozusagen Kaltakquise, ist eine immer noch der beliebtesten oder gar einzigen Variante, die die meisten haben, um an Objekte zu kommen. Verrückt, oder? Was heißt das denn? Das ist doch ein Armutszeugnis auf das Thema Werbung, Marketing, Positionierung, wenn ich nur über diesen Weg an Objekte komme. Es ist aber ein Weg, der nicht unbedeutend und auch durchaus wichtig ist, weil er kostet erstmal dich als Immobilienmakler kein Geld. Aber, ich mache direkt hier sozusagen die Blase dahinter, das heißt hier brauchst du ein System. Denn ich kann dir eine Sache sagen, in dem Moment, wo du Telefonate führst und die ersten Aufträge bekommst oder akquirierst, wie auch immer, entweder geholpert und gestolpert oder weil du einfach cool bist am Telefon. Wie dem auch sei, völlig egal, aber du wirst relativ schnell in so eine Berg- und Talfahrt reinhuschen und zwar aus Akquise und Verkauf. Also brauchst du ein System und du wirst natürlich auch hinfahren zu Objekten, wo die Leute vielleicht noch gar nicht so weit sind. Und wer eine coole Immobilie hat, könnte man sagen, der schafft das vielleicht auch selber. Also gibt es hier ganz verschiedene Klientel, ganz verschiedene Kunden und deshalb ist es hier auch sehr, sehr wichtig, dass man da dran bleibt. Also es ist nicht nur mit einem Telefonat getan, sondern es braucht ein System. Es braucht Unterlagen, Prospekte, Vorlagen, Briefe, Checklisten und so weiter und so fort, damit du dies hier systematisch angehen kannst. Okay, gehen wir weiter. Was fehlt uns, was kommt noch zum Thema Akquise, was ja sehr wichtig ist, ist zum Beispiel das gesamte Thema Print. Ich gebe mal so ein paar Sachen. Wir haben das Thema Flyer, weil da sagen viele natürlich, das funktioniert nicht mehr. Ist das wirklich so? Ich würde es dir ganz kurz erklären. Und zwar, wir haben ganz verschiedene, viele sogenannte Touchpoints. Und diese ganzen Touchpoints, die führen dich dahin, dass du viel Aufmerksamkeit an deinem Standort erreichst. Also sogenannte Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit, ja, das kann online sein, das kann Google sein, also Google ist ja online, aber was heiße ich hier, Social Media zum Beispiel. Ja, das können Flyer sein, das können Print sein, das kann dein Laden sein, ja, den du irgendwann mal hast, hoffentlich. Ja, das können natürlich Empfehlungen sein. Das kann dein Netzwerk sein. Ja, das können Multiplikaturen sein und so weiter und so fort. Und nur um ein paar Beispiele zu nennen, worauf ich hinaus will, ist, diese gesamte Akquise, diese sogenannten Touchpoints, die sind unumgänglich, die sind notwendig und die brauchst du, damit du ein cooles System dir aufbaust. Und damit du dir ein cooles System aufbaust, brauchst du Wissen. Dieses Wissen, das du auch verstehst, und zwar Marketingwissen, Vorlagen, Anleitungen, damit du eben nicht diesem großen Problem aufsitzt, eine Flyer-Aktion gemacht, klappt nicht und du sagst, ach, Flyer sind ja Käse. Oder Print zum Beispiel, eine Anzeige und du merkst auf einmal, oh, das klappt nicht, ist Käse und du lässt die Aktion sein. Nein, 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 das ist genau das Thema. Jede Position für sich, jeder Touchpoint funktioniert, wenn du es richtig machst. Also hier geht es darum, nicht nur was du machst, sondern wie du es machst. Und was alles entscheidend ist, wirklich alles entscheidend, ist erst einmal die Tatsache, dass du maximal viel Outflow machen musst. Also Dinge, die du nach außen gibst, mit coole Marketing, eben coole Werbeaktionen, gutes Design, dich als Makler zu positionieren und draußen zu zeigen, dass du ein echter Experte bist und verstehst, wovon du sprichst. Und eine Sache, und das ist der Kern, Outflow bringt Inflow. Ich verspreche dir, ich garantiere dir, je mehr Outflow du machst, umso mehr Inflow wirst du bekommen. Das ist natürlich eine Frage des Geldes, da gebe ich dir vollkommen recht, das könnte jetzt der nächste Punkt sein. Also, was brauchen wir? Wir müssen natürlich Aktionen machen, wie zum Beispiel die Calderquise oder Multiplikatoren, Tippgeber, Empfehlungen so aufzubauen, dass du erst einmal die Aktionen erfolgreich etablierst, die dir Kunden bringen, ohne dass du große Budgets investieren musst. Und dann musst du im nächsten Schritt auf jeden Fall hingehen, dass du Geld reinvestierst, also investierst. Eine Investition ist Geld, Zeit oder Ähnliches, um zu einem späteren Zeitpunkt einen Gewinn zu machen. Und ich darf dir versprechen, dieser spätere Zeitpunkt ist sehr, sehr schnell. Der dauert nicht Monate oder Jahre, sondern du wirst sehr, sehr schnell einen Return on Invest haben. Das ist der sogenannte ROAS, nämlich der Return on Ad Spend. Und glaube mir eins, lass dir nicht irgendwelche 0815 Tipps geben, sondern schau in die Tiefe, lerne, wer zum Experten für Objektakquise. Und du wirst merken, dein gesamtes Business geht nach oben, also das heißt, du kommst in einen richtig coolen Outflow. Und wenn dich das interessiert, wie das richtig und vor allen Dingen genau funktioniert, dass du es verstehst, keine Missverständnisse hast, keine Irritationen und vor allen Dingen vollständiges Verstehen darüber, was und wie du es tun musst, dann klick doch einfach hier unten in der Infobox, vereinbare dein kostenfreies Beratungsgespräch und wir zeigen dir, wie es geht. In diesem Sinne, alles Gute.